Oh mein Gott, Leute, es ist wieder Bärlauch-Season. Wer hat sich bitte noch so sehr darauf gefreut wie ich? Das bedeutet, es kommt heute wieder ein Rezept aus der Reihe Nourish Your Beauty, wo ich nicht gatekeep, sondern euch Zutaten zeige, die von innen schön machen. Und heute dreht sich alles, aber wirklich alles um Bärlauch. Und was soll ich sagen, Leute? Bärlauch ist das absolute Beauty-Food. Nicht nur Bären schwören auf die entgiftende Wirkung von Bärlauch, sondern auch wir Menschen können von der Detox-Wirkung profitieren. Er enthält mehr Vitamin C als Paprika oder Orangen, was Entzündungshemd auf unsere Haut wirken kann und so Unreinheiten abmeldet. Er ist reich an Eisen und Magnesium und der Stoff Allicin wirkt antibakteriell. Deshalb kann man Bärlauch tatsächlich auch auf der Haut anwenden. Neben unserem Bärlauch benutze ich auch ganz viel Olivenöl in meinem Rezept. Oder eigentlich immer. Denn Olivenöl, Leute, ist voller Vitamin E, was unsere Haut elastisch, geschmeidig und robuster macht. Olivenöl ist überhaupt auch für den ganzen Körper so unglaublich gesund. Um die Soße etwas cremiger zu machen, könnt ihr noch etwas Nudelwasser hinzugeben. Das wusste auch schon immer Oma. Und dann noch ein Glas alkoholfreier Rotwein und ein bisschen Salat dazu. Und voila, eure Pasta ist fertig. Buon appetito. Das, Leute, wird auf jeden Fall nicht das letzte Bärlauchrezept in diesem Frühling bleiben. Deswegen folgt mir gerne für mehr.